Hey Leutchens, damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen Watchdog und sind da. Ich will das ja genauso wie ihr, aber wir müssen erst alle Beweise sammeln, bevor wir die Sache hochgehen lassen können. Genau danach haben wir doch die ganze Zeit gesucht. Ich schlage vor, das Kameranetzwerk zu hacken, um sich umzusehen. Okay, ich finde die Spiegel bei dem Auto ganz schick und frage mich, warum die nicht alle so haben. So in der futuristischen Welt, in der wir gerade hier leben, wäre ja ganz schick geworden. Dann habe ich eine Kamera, da oben zum Beispiel, da würde ich hin. Und da, keine Ahnung, ob ich da was brauche. Oh, ich dachte, geht alles kaputt. Toll. Haben wir noch ein bisschen was zum Drehen? Da hinten ist noch was. Aber die waren wir schon mal. Das ist bestimmt wieder... Außen. Und ja. Muss ich verpisst haben. Fuck. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gut, Tür haben wir schon mal. Hier komme ich nicht lang. Rechts? Nein. Links, rechts, nein. Okay. Eigentlich möchte ich nach oben. Da brauchen wir eine Karte. Da komme ich her. Da gibt es noch einen Bot. Hier war ich noch nicht drin. Also, die ist mir neu. Geht noch weiter runter. Äh, ja. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ah, wir haben schon mal die Karte. Die Karte, das ist gut. Ein bisschen Geld. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Und ich dachte mal, wir sind jetzt... Ja, genau, auf der anderen Seite. Ah, okay. Da sind wir... Komm, komm ich hier hoch. Gehst du bitte wieder zurück? Wäre sehr nett. Laufen. Los. So, hier wollen wir nicht rein. Ach. Ach. Gefühlt durch den... Ah. durch das ganze Gebäude müssen wir da. Nun gut, dann gehen wir doch mal die Treppe hoch. Ganz spontan. Nein. Kein Verneuze. Nein. Kein Verneuze. Nein. Kein Verneuze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hoffentlich werden wir nicht entdeckt. Oh mein Gott, da implantieren wir nicht. Und noch einer. Ich freue mich, dass Sie auf Sterilität achten. Man will ja keine Infektion riskieren. Einer noch. Ein Problem stellen die starken Krämpfe dar, die die Mikrochips auslösen. Der Gedanke, die wertvolle Ware zu beschädigen, ist beunruhigend. Vor allem die Augen sind verwundbar. Erste Erkenntnisse sehen das mögliche Problem in der Mikroladung. Obwohl der Schaden am unteren Hirnstamm minimal ist, reicht sie aus, um in 34 Prozent der starke Krämpfe hervorzuziehen. Na schön, Bagley. Genug davon. Ich kann das nicht länger sehen. Für alle, die an dieser Operation beteiligt sind, ist in der Hölle ein Platz reserviert. Die ganzen Golden Goose-Daten und dieses Material. Dazu ihre Beteiligung an den Bombenanschlägen. Das muss doch ausreichen, um Mary aus dem Verkehr zu ziehen. Das hoffe ich. Aber jetzt sollten wir diese Scheiße hochjagen und die Mikrochips deaktivieren. Brillant! Ich würde noch kurz... Ach. Achso, stimmt. Wir müssen erstmal wieder rein hier. Schmeiße, wer ist das? Was? So, wir nehmen nochmal hier die kleine lustige Spinne. Und, ja. Wir suchen noch ein bisschen was. Nein, mir nicht raus. Aus mir gehen. Nein, hier möchte ich gar nicht hin. Ist offen. Glückwunsch zu dem großen Sieg. Wo ist es? Hier drunter? Muss doch hier irgendwo sein. Kann ich mal da bitte herkommen und hier kaputt gehen? Hm. Na gut. Spinne Hammer. Wir gehen weiter. Und, ja. Du hast nichts gesehen. Haben wir noch einen anderen Move? Nein, wir können erst nur das. Dun, 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 dun. Da! Die Person ist bewaffnet. Halten wir Mary Kellys Operation auf. Sprengen wir etwas in die Luft. Ja. Oh, okay. So, jetzt kriegen wir mal das hier. Gibt es hier noch eine zweite Kamera? Die wäre nämlich wunderbar. Ah, okay. Gibt es denn noch eine Kamera? Da hinten so eine. Okay. Das sollte reichen. Die Mikrochips funktionieren nicht mehr. Kellys goldene Gans ist im Backofen. Ist dir je in den Sinn gekommen, dass du nicht lustig bist? Verlasse besser den Bereich, bevor dir dasselbe passiert, okay? Also, ich fände es lustig. Uah. Oh. Wo ist denn hier der Stink? Was ist noch schlimmer als eine Spinne? Eine explodierende Spinne. Ich seh's mir an. Schön, wie der Neumschieße. Ja, ich habe noch Hilfe! Neogate Audio-Log Nummer 147. Heute ist der 4. November 2023. Letzte Woche kam eine Lieferung. Soll die neueste technologische Entwicklung von Solarmodulen sein. Bemerkenswert ist die unfassbare Menge Energie, die sie erzeugen können. Ich weiß immer noch nicht so ganz, welchen Zweck sie erfüllen sollen, aber ich ahne etwas. Es kursieren Gerüchte über ein paar der Aktivitäten, die im Gebäude vor sich gehen, aber unsere Vorgesetzten wiegeln alle Fragen ab. Ich glaube nicht... Hallo, hier ist Roger Morris von NIO. Könnt ihr mal ruhig sein? Ich versuche hier was aufzunehmen. Ja, ich erstelle dieses Audio-Log für den Fall, dass die wahren Aktivitäten in diesem Gebäude hier ans Licht kommen. Viele von uns haben wiederholt koordinierte, gleichwohl verdächtige Aktivitäten bemerkt, die hier Woche für Woche geschehen. Zwischen uns und dem Management gibt es so gut wie keine Kommunikation. Diese Woche bemerkte ich ein paar recht große Lieferungen, die über den Kanal von BattleBridge ins Gebäude kamen. Die Neugier hat mich gepackt, also habe ich eins der Pakete diskret geöffnet. Computerkomponenten, aber niemand hatte Aufzeichnungen über kürzlich eingegangene Neuwaren. Ich untersuche weiter, hoffe aber, dass man die schlimmsten Befürchtungen über das, was hier vorgeht, nicht zutreffen. Oh, halt Rohne, du kannst mir gut und gerne benötig sein. Ist das eine scheiß Granate? Alles gut, alles gut. Ich hasse mich. Ich brauche nicht mehr viel. Ist der gut, ist der böse? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gerne... Ich habe keine Ahnung. Ich hätte ja noch die zwei, drei Dinger mitgenommen. Denn, ja boah, es sind ja nicht mehr vier so. Sehr gut. Haben wir ganz viel eingesammelt. Läuft ganz gut. Nur jetzt regt mich auf, dass wir nicht die Punkte bekommen. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Aber, gefühlt hier, aber irgendwie auch nicht. Das nervt gerade ein bisschen. Wenn ich hier rausgehe, ist es aber auch nicht mehr. Da ist auch nur Wand. Das nervt ein bisschen. Also, das hätte ich echt gern noch. Die paar Punkte sind nicht, denn auch zehn Punkte sind viel. Die können ja viel entscheiden, aber... Ich dachte, hier explodiert was. Und dann kommen wir hier ran. Gefühlt sind wir hier. Ich weiß aber nicht, wie es hier weitergeht. Habe ich was, was explodieren kann? Aber ich sehe die auch nirgends. Da kann ich nur hacken. Das bringt uns auch nix. Hier bin ich auch ein Stückchen weiter weg. Das nervt gerade einen Tick. Na gut. Dann schließen wir mal die Mission ab. Freuen uns, dass wir es bis dahin geschafft haben. Ganz gut geschafft haben. Wir haben genug, DedSec. Ich gehe jetzt zu meiner Kontaktperson im Büro des Kronanwalts. Ich darf keine Zeit verlieren. Mary Kelly ist endlich erledigt. Danke. Enttäuschen Sie uns nicht, Caitlin. Großartig. Aber die Kellys haben haufenweise Leuten Chips implantiert. Wir müssen sie retten. Mary Kelly wird jeden Moment realisieren, dass ihre persönlichen Sklaven keine mehr sind, sondern eher potenzielle Zeugen. Wir sollten sie fassen, bevor sie die Zeugen zu Leichen macht. Das darf nicht passieren. Das macht Caitlin zwar einen Strich durch die Rechnung, aber wir müssen auch den letzten Leuten helfen, die von ihr bedroht werden. Die Festung der Kellys ist bei der Sandstone Residence. Ich habe es auf der Karte markiert. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Das ist der Punkt, der hier irgendwo ist. Und ich... Kein Plan. Nicht die Bohne. Wie ich da ansatzweise hinkommen kann. Soll. Guck noch einmal hier raus. Aber hier ist auch nichts. Aber keine Ahnung. Na gut. Dann müssen wir halt ohne die Punkte ausgeben. Ich hoffe, das macht irgendwann den Strich durch die Rechnung. Und begeben uns dann mal für das nächste Mal zur nächsten Mission. Machen wir das. Und sind gespannt, wie es da weitergeht. So. Okay. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Das wäre sehr nett. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Bye.